Landgrabbing Landgrabbing bedroht in vielen Staaten die Lebensgrundlagen und die Nahrungsmittelversorgung der einheimischen Bevölkerung. Die legale und illegale Aneignung geschieht durch Kauf, Pachtung und Raub von Flächen. Häufig bewegen sich die Akteure in gesetzlichen Grauzonen zwischen traditionellen Landrechten und kapitalistischen Eigentumsverhältnissen. Zu den Ländern, die von Landgrabbing besonders betroffen sind, gehört Zambia. Untertitelung des ZDF, 2020 Das dorfnahe Gelände befand sich traditionell in Gemeinschaftsbesitz und war nicht veräußerbar. Die britische Kolonialverwaltung änderte dies vor knapp 100 Jahren. Sie erklärte die profitabelsten und fruchtbarsten Gebiete zu königlichem Territorium. Die Weiße Obrigkeit erzwang dort die Ausbeutung von Bodenschätzen und den Anbau von Agrargütern. Nach der Unabhängigkeit Zambias 1964 verstaatlichte die erste Regierung sämtliches Land. Von nun an verwaltet der Präsident die Flächen und der jeweilige Gemeindevorsteher überträgt die Parzellen. So erhalten die ansässigen Familien temporäre Landnutzungsrechte, aber keine Eigentumstitel. Seit Generationen leisten die Kleinbauern traditionelle Feldarbeit mit Fruchtwechsel und Brache. Mit Brandasche reichern sie die meist ertragsarmen Böden an. Die Ernte versorgt Familien, aber auch die Dorfgemeinschaft. Darüber hinaus verkaufen sie ihre Erzeugnisse an Zwischenhändler und auf lokalen Märkten. Heute leben drei Viertel der Bevölkerung von der Landwirtschaft. Doch ihre Lebensgrundlagen haben sich im Zuge neoliberaler Wirtschaftsreformen in den 1980er Jahren verändert. Bis heute wandelt der Staat schrittweise Gemeindeland in Pachtland um. Rund ein Drittel wurde bislang zur Ware. Eine Behörde regelt die Übertragung an die Privatwirtschaft. In 2006, die Regierung machte die Zambia-Development Agency, ZDA Act, der Staat bietet gegenwärtig in allen Provinzen fruchtbare Ackerflächen an. Insgesamt über eine Million Hektar für 99 Jahre. Vor allem Agrarkonzerne zeigen Interesse. Hinter ihnen steht oft ein undurchsichtiges Netz aus Anteilseignern und Investoren. So profitieren Unternehmen, Banken und Fonds von niedrigen Pachtgebühren, Löhnen und Umweltstandards. Landgrabbing verändert die kleinbäuerliche Ökonomie. Immer mehr Familien müssen mit schrumpfendem Landbesitz oder kargen Flächen auskommen. Andere sind bereits landlos und müssen sich als Tagelöhner betätigen, zumeist in industriellen Großfarmen. Heute leben zwei Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. In ertragreichen Regionen befinden sich die Farmen von AgriVision Africa, Zambief und Amatheon Agri. Drei Konzerne, die im Nahrungsmittelsektor stark expandieren. Ihre primären Erzeugnisse sind Mais, Weizen, Soja, Palmöl und Rindfleisch. Zambief wurde 1994 gegründet und besitzt heute mehr als 100.000 Hektar Landbesitz. Seine Waren vertreibt der Konzern über ein eigenes Einzelhandelsnetz. und zum nächsten Mal. Whoever improves and when I get to the thousand Hektar Landbesitz. Zambief wurde 14.000 Hektar Landbesitz durchsummergebäuze & Erzeugugäste nevronische Polen. Zambief wurde 15.000 Hektar Landbesitz befinden in mind. employs over 5,000 staff. Zambief was listed on the Lusaka Stock Exchange in 2003 and only carried out its first equity capital raise in 2008. Im Distrikt Mpongwe befindet sich ein ehemals kolonialer Farmblock. Hier kaufte Zambief 2010 mehrere Agrarbetriebe von einem Unternehmen, das die Vertreibung der Gemeinde Mimbolo zu verantworten hat. Die Bewohner verloren ihre Häuser und 4000 Hektar Anbaufläche – ohne Entschädigung. Paul und seine Familie leben heute in der Nähe ihres alten Grundstücks. Seit über zehn Jahren kämpfen die Bewohner Mimbolos für die Rückgabe des Gemeindelandes. So, ichile tukaripa chakurandati. Ero tuwade isula landi, nach dem umstrittenen Urteil wurde die Gemeinde ein zweites Mal vertrieben, kurz bevor Zambief das Land übernahm. Die meisten Kleinbauern bezogen daraufhin eine Barackensiedlung. Neben der gesicherten Farmanlage Zambiefs leben sie ohne Ackerland in extremer Armut. Die Expansion des Unternehmens wurde auch durch hiesige Kredite gefördert. Willkommen bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Wir gehören zur KfW, einer der führenden Banken Deutschlands. Seit 50 Jahren fördern wir unternehmerische Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungs- und Schwellenländern und tragen so dazu bei, Armut weltweit zu mindern. Unter dem Leitsatz DEG unterstützt Grundnahrungsmittelproduktion in Zambia flossen 20 Millionen Euro in die Konzernkasse. kern환 Olga der Jean-Landge Pigott Unternehmen wie Zambief, AgriVision und Amrtheon stehen für ein Geschäftsmodell, das Besitzkonzentration und Bodenspekulation beinhaltet. Sie verfügen über immense Flächen, wovon der Großteil unbewirtschaftet bleibt. Zambief will weiter expandieren und versucht, Kleinbauern vom traditionell übertragenen Land zu vertreiben. Das System der Landvergabe ist intransparent. Häufig wissen Betroffene nicht, dass ihnen die Fläche offiziell nicht mehr zur Verfügung steht. In mehreren Fällen wurden diese illegal, also ohne Zustimmung der Gemeinde, gewinnbringend verpachtet. Eingezäunt von Farmen liegt die Gemeinde Ngamwa. Die Häuser baute das Eisenbahnunternehmen Tazara neben den Gleisen. Mehrere sind heute Eigentum von Bewohnern. Laut Berichten drohte AgriVision vor kurzem die Räumung der Siedlung an. Das Unternehmen behauptete, die Dorffläche von Tazara gekauft zu haben. AgriVision besitzt in Zambia 18.000 Menschen. 4.000 Hektar, davon 4.000 in diesem Soja- und Weizenanbaugebiet. Der Konzern beansprucht nun auch das kleine Feld der Gemeinde. Armut und Reichtum liegen dicht beieinander. AgriVision gehört zur Investmentfirma AgriVision Africa. Letztere hat ihren Firmensitz im Steuerparadies Mauritius. Die Anteile an AgriVision hält neben den beiden Investmentunternehmen Seda und NorFund die Weltbanktochter IFC. AgriVision was a wonderful swing, and we take our hats off to that management team. It's been very, very difficult in Zambia, and they delivered a wonderful profit. We think the investment is well embedded, and we'll look forward at the next year to see whether we can grow from that. In der Gemeinde ist die Versorgungslage katastrophal. Es gibt nur eine Pumpe für über 50 Familien. Das Trinkwasser ist durch den weitflächigen Pestizideinsatz kontaminiert. Für die medizinische Versorgung und den Schulbesuch müssen die Bewohner weite Wege zurücklegen. Die inhumane Behandlung durch AgriVision spiegelt sich innerlich. Ebenso in den Arbeitsbedingungen und der Bezahlung wieder. So erhalten die ansässigen Gelegenheitsarbeiter nicht einmal den Mindestlohn. Die inhumane Behandlung durchsangebnen und die Waffen des Familien wird aus der Umgebung stehen. Die meisten Angestellten leben innerhalb der Farmanlage. Sie beklagen die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit, aber auch uns wird der Zutritt untersagt. Auch deutsche Institutionen beteiligen sich an diesem Projekt. Der auf die afrikanische Landwirtschaft ausgerichtete ATE-Fonds hat AgriVision 8 Millionen Euro überwiesen. Der Fonds hat seinen Sitz in Luxemburg und ist steuerbefreit. Hauptgeldgeber sind das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Kreditanstalt für Wiederaufbau sowie die Deutsche Bank. Die Beteiligten sprechen wörtlich davon, das Potenzial des afrikanischen Agrarsektors zugunsten der Armen zu erschließen. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Beteiligten Investieren will auch ein deutsches Unternehmen. Eine halbe Milliarde Euro soll ins südliche Afrika fließen. Willkommen zu Amatheon Agri. Amatheon ist zum zweitgrößten Fleischproduzenten in Sambia aufgestiegen. Auf 40.000 Hektar Pachtfläche betreibt das Unternehmen Tierhaltung und Futtererzeugung. Derzeit entstehen zwei Staudämme. Sie sollen den Anbau in der Trockenzeit garantieren. Amatheon will weitere Farmen aufkaufen und verschärft so die ungerechte Landverteilung. Amatheon bewirtschaftet drei Viertel ihrer Fläche nicht, darunter Hang- und Waldflächen, die für die industrielle Landwirtschaft ungeeignet sind. Trotz der riesigen Brache verbietet der Konzern die Nutzung. Kleinbauern dürfen nicht anbauen, Arbeiter keine Unterkünfte errichten. Die Zahl der Beschäftigten ist aufgrund des hohen Mechanisierungsgraden. Laut Amatheon sollen auf insgesamt 60.000 Hektar, vergleichbar mit der Größe des Bodensees, 1000 Arbeitsplätze entstehen. Schon heute sind die meisten als Gelegenheitsarbeiter tätig. Untertitelung im Auftrag des Wachstums im Auftrag des Wachstums. Viele ansässige Kleinbauern und Farmarbeiter. Leben in Armut. Unzureichende Arbeitsrechte, niedrige Löhne und Landlosigkeit bedeuten Abhängigkeit. Von einem Konzern, der Millionengewinne erwirtschaften will. Ein Wachstums im Auftrag des Wachstums im Auftrag des Wachstums im Auftrag des Wachstums. Sambia und Deutschland haben sich verpflichtet, das UN-Recht auf Nahrung. Die dokumentierten Beispiele verstoßen gegen diesen Vertrag. Menschenrechtsorganisationen kritisieren die öffentliche und private Finanzierung von Agrarkonzernen und deren Marktstrategien. Durch Firmenübernahmen und Fusionen kontrollieren sie die Wertschöpfungskette. Von Erzeugung über Verarbeitung bis zum Vertrieb. Die Produkte richten sich an die wohlhabende Mittel- und Oberschicht. Landgrabbing bedeutet aber auch Bodenspekulation. Riesige, ungenutzte Flächen befinden sich als Kapitalanlage im Besitz von Konzernen. Leidtragende dieses neokolonialen Agrarmodells sind Kleinbauern und die hungernde Bevölkerung. Sie fordern das Ende von Landkonflikten und Vertreibung. Und eine Politik, die nicht groß Investoren und Anteilseigner begünstigt, sondern Ernährungssouveränität ermöglicht. Diese Selbstbestimmung umfasst gesicherte Landrechte und die Förderung lokaler Vermarktungswege. Und dann sehen Sie, wie ihr geht. Untertitelung. BR 2018